Erev Shabbat Shalom Rebbe Zen Rivka, die Schwieger-Tochter vom dritten Lubavitschen Rebbe der Zemach Zedek, war sehr schwach und krank. Ihr Arzt hat ihr gesagt, sie soll so früh wie möglich, gleich wenn sie aufstehen, was zu sich nehmen, damit ihr Körper sich stärkt. Rebbe Zen Rivka wollte aber nicht vor dem Schachrit-Morgengebet was essen und deshalb hat sie angefangen, früher aufzustehen, damit sie früher das Gebet spricht und danach zu rechtzeitig auch was essen kann. Als ihr Schwiegervater, der Rebbe Zemach Zedek, das gehört habe, hatte ihr gerufen und sagte, Rivka, es ist besser zu essen, um zu beten, anstatt beten, um zu essen. Ein Mensch, wenn er steht für das Gebet, soll er lieber klaren Kopf hat für das Gebet, anstatt dass er im Kopf hat, ja, ich möchte gleich was zu mir nehmen und essen. In unserem Parashah lesen wir wegen Esav, dem Bruder von Jaakow, wie er kommt zurück aus dem Feld und er ist totmüde. Er sieht, dass sein Bruder Jaakow kocht was, es waren Linsen, aber er hat nicht mal genau geschaut, was ist da im Kopf. Und er sagte zu Jaakow, gieß mir bitte von dieses rotes, gekochtes direkt im Mund. Ich bin so müde, ich kann nicht mal zum Tisch sitzen mit Teller, Gabel und Messer zu essen. Ich bin fast tot, mir ist es eigentlich fast egal, was du da genau kochst, gieß mir bitte direkt im Mund, damit ich was zu mir nehme. Ja, ein Mensch, der ist so müde, ein Mensch, der hat keine Kraft und braucht was zum Essen, hat kein klares Kopf zu sehen und zu konzentrieren auf das Gebet. Und deshalb, wenn wir stehen jeden Tag zum Gebet, sollen wir uns die Zeit nehmen, sollen wir alle unsere Beschäftigungen entweder vorher erledigen oder komplett von unserem Kopf wegräumen. Und dann können wir vor Gott stehen, beten und für uns, für unsere Familien das besten Wünsche. Schabbat, Shalom.